Hallo! Willkommen in Satisfactory. Oder Satisfactory? Satisfactory. Oh, 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 verdammt. Wo wir jetzt heute endlich mal mit... Stirb. ...mit unserer Fabrik anfangen werden. Und ich hab was... ...cooles Neues entdeckt. Ähm, beziehungsweise habe ich ein Video gesehen. Das wollte ich jetzt unbedingt mal ausprobieren. So. Irgendwie kommt man hier noch... ...ähm... ...links. So. 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 Ja, das ist so. dann irgendwie so irgendwie hat er das gemacht ich glaube ich weiß wie es So war das Man musste das als Hologramm setzen Und dann vier nach vorne Vier nach rechts Und dann kann man hier eine nice Kurve machen Und irgendwie geht das mit Mit denen hier noch besser Oops Ja, also so wird das auch gehen Und dann setzt man die hier einfach Hier dran Und so kriegt man da nice Kurven hin Richtig nice Und dann baut man einfach So Und dann Okay Okay Oh Und so So kann man dann Kurven fahren Die sogar noch richtig nice aussehen Hier müsste ich nur mal eben gucken Ah Dann kann man hier einfach Richtig nice Kurven bauen Kurven bauen Ja Ja vielleicht muss man da Oh Hier guck mal da Oh hier guck mal da Da ist das Problem Glaub ich So kann man halt Richtig nice Kurven bauen So Shit Oh So und wenn man das dann erst so macht und dann mit transport port so 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 Das war's für heute. Das sieht schon geil aus, aber die hier ist ein bisschen zu kurz, egal, aber das Video war echt nice. Das hat echt geile Tricks gezeigt. Die man hier wahrscheinlich super einsetzen kann. Besonders hier im Schienenbereich und wenn wir denn hier mal irgendwann auf dem Meer unterwegs sein werden, dass man dann schöne Kurven bauen kann. So, aber ich habe noch was anderes gesehen, das wollte ich jetzt gleich mal eben machen. Jetzt muss ich hier noch überlegen, wie ich das am besten mit dem Abtransport machen kann. Weil die hier sollen ja unload, unload und unload. Okay. Dann muss ich hier auf diese Höhe. Oh, window. Okay. 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 Oh. 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 Oops. Oh. 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 Hm. Wenn das hier jetzt in die Mitte gesetzt wird. Das sollte eigentlich nice aussehen. Und es schließt genau hier. Oh, nice. So. Damit kriegen wir nämlich die ganzen Waren nach oben. Dann braucht man hier. Oh. 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 hier Wände. Dann machen wir hier den kompletten Bereich. Eingangsbereich vom Bahnhof, dass man hier langlaufen kann. Und dann ist hier der Halleneingang, wo dann der Zug einfach rein fährt. Ich glaube, das würde ich ganz cool finden. Dann macht man hier Architektur. Einfach so eine Säule nach oben. Ja, das ist heute. Dann sitzt man. So. Dann vielleicht. Ja, das ist heute. Das müssen wir noch ein bisschen umstrukturieren, dass das ein bisschen anders aussieht. Dann könnte man hier so den Eingangsbereich machen. Ja, das sind coole Ideen. Dann könnte man hier noch ein bisschen mehr machen. Dann könnte man hier noch ein bisschen mehr machen. Okay, das muss man dann vielleicht nochmal ein bisschen anders machen, aber ich würde gern, dass hier drum dann ein Walkway gemacht werden kann. Hier in der Mitte geht dann, soll dann irgendwie doppelte Treppe und dann wieder ein Walkway nach oben, irgendwie sowas, aber ich will vorher noch was bauen und zwar hatte ich mal geguckt, was man mit dem Polymerharz machen kann und ich würde das Gewebe hier gerne bauen. Shhhhhh! Super! Boah! Beton So, ups, der ist falsch. Oh! Aluminiumträger, Stahlstab. Stahlgussplatten. Okay, aber ich wollte hier noch Alien-Technologie 13 und 151. Wie viele von den Merkersphären haben wir 13. Nice. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verdammt ist über dich. Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Dankeschön, Janis Tessa. Willkommen ins Satisfactory. Ich bin hier grad so ein bisschen am überlegen, wie ich das alles hier machen kann. Ähm, und heute steht hoffentlich die Aluminiumfabrik da an. Ich weiß nur nicht, wie gut das vorangehen wird. Aber ich hab ein paar coole Sachen gefunden, die ich auf jeden Fall ausprobieren will. Äh, ein paar Baumethoden und und und. Und zwar hatte ich mal geguckt nach Bautipps und ich hab da coole Sachen gefunden. Besonders wie man Kurven bauen kann. Mit, äh, für den Schienenverkehr zum Beispiel. So, ich brauch ein 151. äh, Sam-Fluktuatoren. Die will ich nutzen für das nächste Upgrade, damit wir ein bisschen mehr da drin haben. Aber das sollte nochmal eine Stufe dazu bringen an Stapeln, die gespeichert werden können. Und dann wollte ich gleich Polymerharz, ähm, noch ein bisschen überarbeiten. Und zwar haben wir hinten eine Vernichtung von Polymerharz und ich will da, äh, eine Fabrik anbringen. Und das wird bestimmt nice, äh, erstmal Gewebe zu bekommen und dass wir dann daraus, äh, später vielleicht einfach relativ easy Filter und Gasmasken herstellen können. Und zwar ... So ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 So, und da hinten können wir dann die Gewebegeschichte bauen. So, und da hinten können wir die Gewebegeschichte bauen. So, äh, Polymer, was brauche ich denn für Gewebe? In der Raffinerie. So. Und Produktion, Raffinerien. Oh, ich habe keine Motoren. Ich hole mal eben Motoren. Davon müssen wir auch irgendwann nochmal eine Fabrik bauen. So. Und wieder zurück. Ja, und ich hatte eigentlich auch das MAM. Ach, das kann ich auch da hinten machen. Das ist nicht das Problem. So. 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 Okay. So. 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 Logistik, intelligenter Splitter. Logistik, intelligenter Splitter. Logistik, intelligenter Splitter. So, geradeaus, Überschuss, links, beliebig. Geradeaus, Überschuss, links, beliebig. Oh. So, nee, dann machen wir doch einfach. Und dann Wände. So. 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 hier den förderband splitter ok das ist ja easy dann kommt hier eine pumpe hin was heißt extraktor so 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 nice ok damit kriegen wir jetzt ein bisschen gewebe so 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 beliebig und hier nichts und hier ist ein überschuss so 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 Zwei, drei, vier Okay Damit haben wir jetzt auch Gewebe Das ist eigentlich relativ gut Können wir da hinten eigentlich noch was machen Oh sorry So Was wollten wir jetzt machen Ah 400% Erweiterung Dimensional Expansion increased to 400% Parts can now be stored as elementary Particles in a hyperdense deconfined state Normally I'd explain the basic science But I don't think this one can be simplified enough for you to understand We composed a growth song But you composed a shrink song So we remain silent The dance of your bones and organs and veins Okay Okay Können wir Rauchpulver herstellen Ich hatte da einen ganzen Haufen reingeschmissen Oh ja So Können wir noch ein bisschen Inventarplatz holen Nice Computer genau Sure 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 So, wie viele von den Tickets haben wir denn? Oh, 25. Okay. Inventar und Gewebe. Gasfilter mit Kohle zusammen. Okay, und dann können wir die hier reinlegen. Okay. Ab, wieder zurück. Okay. 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 Let's see you go. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Okay So 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 Okay Das hier wird wahrscheinlich der höchste Punkt sein So So Ein bisschen sauber machen So 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 wie viele raffinerien 3 ok Produktion, Raffinerie Ok 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, müssen wir doch auf die Höhe machen Nice und hier zwischen Okay, müssen wir doch auf die Höhe machen Ja, sauber, das passt sogar richtig gut Und Okay, sick Pipeline Stufe 2 Oh Okay, das ist anders So Das war's. 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 Okay, so... Das war's. Oh. Oh, 5km pipelines. Nice. Okay, so... 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Hä? Und bin mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So. So, Wanddurchlass. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, so, Fundamente. Okay, nee, dann nehmen wir die hier. Das war's für heute. Produktion. Um, so. Um, so. Das war's für heute. 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 Oh, so. Oh, so. Oh. Das war's für heute. war's für heute. war's für heute. Das 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 war's für heute. Oh, so. Oh, so. Oh, ja. Das reicht völlig aus. Hatte ich dich schon gefragt, was für eine Maschine du fährst? Ach doch, hatten wir glaube ich doch schon besprochen, aber nice. Wichtigste Frage von allen, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, nice. Tschüss. 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 Das war's. 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 Nice. Nice. Das war's. 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 Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, 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 vier, fünf, sechs. Und jetzt holen wir uns noch ein wenig Strom. Boom. Und jetzt holen wir uns noch ein wenig. 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 Das war's für heute. Kann ich jetzt eigentlich schon den hier wieder einsetzen? Oh ja. Das war's für heute. Eins, zwei, drei. Zwei. Logistik und Förderbandfusionator. Oh. 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 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Architektur Okay, machen wir das nochmal. Hier nochmal. Okay. Das war's für heute. Hmm. Alter, dass die Munition immer leer ist. So. 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 Das war's für heute. Oh Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Architektur Achitektur 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 äh sooo getrennt Also das sieht eigentlich ganz nice aus. Also das sieht aus. Also das sieht aus. Also das sieht aus. So. 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 Kann diese Barriere Schade Okay, kann ich den hier bauen? Oh, ich habe keine Modulare auf dem Rahmen Okay 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 So, dann bauen wir das hier fertig. So, dann bauen wir das hier. 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 Und wir haben das hier. So, dann bauen wir das hier. Das war's für heute. 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 So, also was wir jetzt vorhaben ist, hier nochmal einen Bahnhof zu bauen und dafür zu sorgen, dass wir hier... eigentlich identisch bauen werden. Okay. 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 So, okay. So, okay. Oh, ich hab' ich hab'n Plastik mehr. Okay. 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 könnte mega werden. Nice. Also fliegen wir jetzt einmal zurück. So, mit dem hier. Oh, ich habe keinen Beton mehr. Dann nehmen wir von hier aus was mit. Und gucken wir mal. Oh, ich bin hier hin. Plastik brauchen wir auch noch. Oh, so. Ich werde jetzt Atomstrom anfangen. Wie hast du das eigentlich geplant? Startest du den Atomstrom bevor oder nachdem du schon die Verwertung drin hast? Also, dass der Waste verarbeitet wird. Ah, okay. Also erstmal, dass du Strom hast und dann Waste Production. Auf wie viel Gigawatt willst du gehen? Okay, das ist ja ein Bittenwatt, ne? Hast du gesehen, was Mani gestern... Also, ich bin auch noch gespannt auf Atomstrom. Das wird noch super. Ist dein Impure dann übertaktet oder? Hast du das anders geplant? Ah, okay. Übertaktet. Okay. Oh, ich wollte noch fast nachgucken. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wo ist die Drohne Kohl? Ah, da. Vor allem, die finde ich so ganz komisch. Mal gucken, wie viel die entlädt. Da bin ich mal echt gespannt. Und... ... Okay. 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 Oh. Dann gucken wir uns mal. Ah ne. Ich hole mir mal ne Dingestens. Ich hole mir mal ne Dingestens. Oh. Ähm. Ein paar Tickets. Und kauf noch mal so viel, dass ich zwei Viecher da rein jagen kann. Äh, Drohnen. Und dann würde ich noch mal bei Mani zwei Drohnen setzen. Vielleicht bringt das ein bisschen mehr Coal dann. Da, die Luft. Und dann muss noch mal ein paaronden werden. Und dann wird das ein bisschen mehr. Oh. Ja. Ah, das ist ein bisschen mehr. Und dann ist das ein bisschen mehr zu峻ieren. Und dann da. Du musst doch es. Und dann sind das eine Knie, und dann müssen wir das über... So, 40 Stück, dann äh, dann äh, und ab zu ihr nach hinten und dann einmal die zwei Stück davon bauen. So. So, 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 go, so, 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 go, so, 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Transport und Drohne Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Transport und Drohne Transport und Drohne Transport und Drohne Transport und Drohne Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das wackelt alles, weil bei ihr nicht genug Kohle ankommt. Das was? Das gute Super Plus? Und hier haben wir ja wieder das Tier und dann können wir uns mal eben hier ein wenig Sprit holen. Dann können wir zurück. Dann können wir zurück. So. 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 So, hier kommt Überschuss und hier kommt Beliebchen. Und dann machen wir hier noch. 150. 50 von wo kommen denn die drohnen? weil ich müsste ja jetzt eigentlich direkt auf dem drohnenlandeport landen so so oh wie ist denn die übertragungsrate? so okay dann warten wir nochmal so 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 okay dann warten wir noch bis die nächste drohne ankommt und checken einmal durch ob alle drei drohnen Kohle liefern so 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 nice so 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 und die Gelskirchen. Oh, das sieht langsam aus wie eine richtige Fabrik. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. So, wie viel Abstand brauchen wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5. 1, 2, 3. Okay. 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh Gott, was habe ich denn hier gemacht? 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 Okay. Okay. Okay, das können wir erstmal ignorieren lassen, wie auch immer. Okay, das geht. Okay, jetzt machen wir das doch kaputt. Äh, Fundamente. Okay. 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 Das war's. 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 Okay. Okay. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. 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 Okay, das war's. 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 Logistik. Das war's. 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 Und... Das war's. Und... 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 Das war's. Aber... Okay. Nice. Aber... Das war's. Das war's. Das war's. Und... 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 So... Und... 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 ... Und... 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 Oh... Und... 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 Hey wo ist denn der Ausgang von Ah ok Ich bin der Ausgang von Ah. 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 Um. Ah. 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 Das war's für heute. 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 So... 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, das war falsch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, so... Fender... No, ich glaube, das wird hart stressig. Okay. 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 Gucken wir hier nochmal. Gucken wir hier nochmal. So und jetzt hier unten, was haben wir hier? Nice. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Dankeschön, Ju... Ju... Urieres? Vielleicht? Dankeschön. Wir spielen ein bisschen Satisfactory und ich... habe harten Schlafmangel und äh... total den Durchhänger. Deswegen ist das hier ein wenig... äh... leider kommentarlos. Ähm... ja. Aber ich bemühe mich. Ja. 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 Das war's für heute. 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 Ich muss hier total fehlerhaft angefangen haben. Bei mir ist gerade echt... Die Müdigkeit kickt hart rein und... Ja... Das ist ein bisschen problematisch. Und ich habe mich hier total verbaut, weswegen das ein bisschen nervig ist. Weil normalerweise solltest du... Ja, wenn du mit Steuerung irgendwo was baust, sollte das ja hier direkt connecten, weil du mit Steuerung in das Weltgrid genommen hast. Und ich muss hier irgendwo... Und ich muss hier irgendwo... In diesem ganzen Gebäude mich verklickt haben. Was ein bisschen nervig ist. Und ich muss hier... Und ich muss hier... Und ich muss hier... Ich muss hier... Und ich muss hier... Ich muss hier... Und ich muss hier... Bis zum nächsten Mal. 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 Oh Gott. Sieht das geil aus. Bis zum nächsten Mal. Okay, Spezial- und Ausrüstungswerk. So, Produktion. Und Maina. Die Produktion ist fertig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh Gott. Und Funksteuern halten stellen wir nicht her. Bis zum nächsten Mal. Okay. Okay, Kühlsystem. Was kann ich denn noch direkt aus Aluminium herstellen? Waren. Waren. Oh, Stickstoff. Okay. Dann kommt es aber später noch dazu. Bis zum nächsten Mal. 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 So, wo findet man denn auf der Karte? Schwefel. Also ich weiß, hier oben ist Stickstoff. Ah, Schwefel plus Wasser gleich. Okay. Was ist das? Das ist verpackte Schwefelsäure. Okay. Okay. Ja, das Schienenverlegen auf jeden Fall. Das kann ich total verstehen. Ich gehe hier immer drei Fundamente lang. Ah, okay. 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 um mit dem ja ich habe mich da auch so grob dran versucht zu orientieren aber das hat nicht immer funktioniert muss ich dazu sagen es 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 Das war's. Da bei mir die Züge immer 4 Wagen hinten dran haben, fährt dann Einzug zur Eisen, Kupfer, Katalonien und Oluzmann. Der braucht nur wenig Zeit für einen Umlauf. Ja und dann, wenn du doch ein bisschen mehr brauchst, kannst du ja am Ende noch ein paar mehr Züge einfach draufsetzen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Also, das war's. Das war's. Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Ich weiß was total geniales, das mache ich hier, da Ich habe nämlich in einem Video noch was gesehen Was ich noch umsetzen will Und ich glaube hier ist die perfekte Situation dafür So Spezial So Architektur So Organisation So Organisation So 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 Bei 500 Eisen die Minute Wenn ich mehr als 500 Eisen alle drei Minuten brauche habe ich es übertrieben Ich weiß nicht Könnte noch passieren würde ich fast schon sagen So 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 Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hmm. okay zu wenig ich habe mein ganzes gesamten turbo draht verbraten so mag ich das reisen ich habe mein ganzes gesamte Duh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt fehlt hier nur noch was. Das war's für heute. Wasser-Extractor. Nice. Das war's für heute. 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 Oh. Das war's für heute. 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 Okay, okay, langsam geht's. Okay, langsam geht's los. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, dann machen wir. Okay, okay, dann machen wir hier noch eine Pumpe rein. Das war's für heute. Okay. Okay, okay. anzustarren. So, Strom, Prioritätsnetzschalter, alles mit Alu. So, Strom. So, Strom. Strukturen für Kupferblech. So, Strom. 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 Das war's. 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 Nice. Das war's. Das war's. Das ist. Das war's. 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 Mega. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Okay. Das war's. 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 Das war's.